Die Beratung.de-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Mit mehr als 300 Immobilienshops gehört von Poll Immobilien zu den größten Maklerunternehmen Europas. Im Würmtal sowie in Aubing, Obermenzing und Pasing werden sie von Sascha Hadet und Fabian Holler beraten. Das Maklerteam ist auf Kauf und Verkauf wertbeständiger Immobilien in bevorzugten Wohn- und Geschäftslagen spezialisiert. Außerdem schätzt es unverbindlich und kostenfrei den aktuellen Marktpreis ein. Sascha Hadet ist Immobilienberater aus Leidenschaft, war bereits als Gesamtvertriebsleiter bei einem renommierten Autohaus tätig und bringt von dort sein umfangreiches Wissen im Bereich Marketing und Vertrieb mit. Fabian Holler ist diplomierter Kommunikationswirt und Immobilienmakler mit über 10 Jahren Erfahrung. Er und Hadet sind ausgesprochene Kenner ihres Marktes und vor Ort bestens vernetzt. Von Poll Immobilien Gräfelfing. Ein Team mit viel Know-how, das sie zuverlässig und kompetent betreut.